Ja, liebe Kinder, herzlich willkommen. Ich bin fitmacher, der Clip ist jetzt wirklich einfach für euch Kinder. Und zwar möchte ich euch noch mal schnell das aufzeigen, was wir letzten Samstag angeschaut haben. Und zwar mit dem Schulweg. Also stell dir wirklich vor, am Morgen du startest in einem Schiff zu Hause im sicheren Hafen und jetzt machst du dich auf einen Schulweg für die Schule. Und jetzt natürlich, das ist wie das Meer. Also wenn du auf dem Meer bist, weil es haben wir gesagt, es gibt Wellen, die kommen von links, die kommen von rechts. Es gibt Haien, haben wir auch gesagt, gute Haien, schlechte Haien. Es gibt Krebschen, die sie anknäppeln wollen. Es gibt Vögel, die dir auf dem Kopf landen und, und, und. Und es kann Sturm geben, es kann Tornado geben, es kann die Drehen. Vielleicht wird dir ein bisschen schlecht, vielleicht sogar ein bisschen übel, wirklich übel. Und das ist, das ist im Prinzip der Schulweg und der Schulalltag. Es ist einfach so, es passiert viel, du lernst viele neue Sachen, du lernst viele neue Sachen fürs Leben und, und, und. Und der Heiweg ist dann wieder genau gleich. Da kann so wieder ein bisschen Haile haben unterwegs, grosse Wallfische und, die grosse Wellen machen und, 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 und. Und die Umwirbel und so weiter und so fort. Was aber ganz, ganz wichtig ist, zu Hause bist du wieder im sicheren Hafen. Also ganz, ganz wichtig. Wenn du am Morgen startest, hast du zu Hause Mutter oder Vater, deine, deine Geschwister und die haben alle zu dir. Und dann ist es eine interessante Geschichte, einen Tag auf dem Schulweg, in der Schule zu leben und viele Erfahrungen zu sammeln und dann am Abend wieder nach Hause kommen, in dein sicherer Hafen. Und ganz, ganz wichtig, dass wir dir wirklich als Herz legen. Ähm, erzähl daheim, was passiert, erzähl daheim die schönen Sachen, die passiert in der Schule. Aber auch, wenn du eben irgendwie geplaget bist worden, wenn du gemobbt bist worden, wenn dir irgendjemand hat wollen wehtun, erzähl das daheim, erzähl's euch der Schule, am Lehrer, der Lehrerin, darfst du das sehr gerne, ähm, erzähl's nicht in dir reinfressen, sondern erzähl die Sachen, die dir passiert sind. Und, ähm, probier's so zu geniessen. Manchmal ist es nicht so schlimm, wie's auf einen ersten Blick aussehen. Hey, in dem Sinn, toi toi toi, du bist die Kapitän von deinem Schiffli und du bringst es durch die Welle und an den Haien und Walen vorbei. Ein schleudert ein wenig, aber nachher ist alles wieder gut. Hey, bis gleich, di Aldo, tschüss, ciao.